Wer kennt es nicht? Ihr spielt irgendein Spiel, bei dem man cheaten kann. Beispielsweise, ihr erschummelt euch unendlich viel Geld. Das macht euch kurzfristig zwar eine Menge Spaß, aber langfristig verliert ihr die Lust am Spiel. Denn ihr habt den Weg übersprungen und das Spiel macht keinen Sinn mehr. Genau das gleiche Phänomen gibt es bei Menschen, die plötzlich an Reichtum gelangt sind. Zum Beispiel, indem sie im Lotto gewonnen haben. Viele Menschen können damit nicht umgehen und werden unglücklich. Natürlich. Warum? Weil sie den Weg zum Ziel übersprungen haben. Sie mussten sich das Geld nicht hart erarbeiten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. In diesem Video erkläre ich dir, warum das Buch Der Alchemist von Paolo Coelho, ich hoffe ich spreche das richtig aus, mein Leben verändert hat. Warum es so extrem wichtig ist, große Ziele zu haben. Warum es aber überhaupt nicht wichtig ist, ob man diese Ziele auch erreicht und was stattdessen wichtig ist. Let's go! Der Alchemist handelt von einem jungen Hirten, der von einem Schatz träumt, der auf der anderen Seite der Wüste liegt. Er verkauft seine Schafsherde und macht sich auf den Weg zum Schatz. Auf seiner Reise durch die Wüste begegnet er vielen Herausforderungen und vielen Menschen, die ihm dabei helfen, sein Leben zu verstehen. Seine Reise durch die Wüste ist gleichzusetzen mit der Suche nach dem Sinn des Lebens. Während er anfangs nur auf das Ziel, also den Schatz, fokussiert ist, wird ihm nach und nach immer mehr klar, dass nicht das Ziel, sondern der Weg zum Ziel der eigentliche Sinn ist. Denn dieser macht ihn zu den Menschen, der er ist. Der Weg ist das Ziel. Diesen Satz kennt vermutlich jeder von euch. Das bedeutet, dass der Weg zum Ziel genauso wichtig ist, wenn nicht sogar noch wichtiger ist als das Ziel an sich. Oft sind wir so sehr darauf fokussiert, Ziele zu haben, dass wir den Weg dorthin völlig übersehen und gar nicht wirklich wahrnehmen. Natürlich ist es wichtig, Ziele zu haben und zwar sehr große Ziele. Denn je größer das Ziel, desto länger und steiniger der Weg, den wir gehen müssen. Aber müssten wir diesen Weg nicht gehen, dann wäre das Ziel bedeutungslos. Nehmen wir das Beispiel Reich werden. Ja, es ist ein Ziel von vielen von uns, reich zu werden. Von mir auch. Doch wichtiger ist, wer wir auf dem Weg dorthin werden. Die Erfahrungen, die wir machen, die Lektionen, die wir lernen, die Menschen, die wir treffen, machen uns zu dem Menschen, der wir sind. Der Weg, den wir gehen, definiert uns. Er formt unseren Charakter, unsere Einstellungen, unsere Überzeugungen. Deswegen ist es so wichtig, Ziele zu haben, die einen langen, herausfordernden Weg haben. Leider bekommen wir das nicht beigebracht. Ganz im Gegenteil. Seitdem wir klein sind, haben wir immer nur das nächste Ziel vor Augen. Sind wir im Kindergarten, wollen wir unbedingt in der Schule sein. Sind wir in der Schule, wollen wir unbedingt im Beruf sein. Haben wir unseren Beruf, wollen wir unbedingt ein Haus und eine Familie haben. Und bevor man sich versieht, ist das nächste Ziel die Rente. Wir würden am liebsten alle Schritte überspringen. Das Problem ist, dass die meisten Menschen, die Annahme haben, wenn sie das nächste Ziel erreicht haben, dann sind sie glücklich. Dann ist alles perfekt. Doch die meisten merken leider viel zu spät, dass die Freude über ein Ziel nicht ewig anhält und Glück kein Dauerzustand ist. Es gibt keinen Punkt im Leben, an dem man für immer glücklich und zufrieden ist. Ein Dauerzustand des Glücks ist also nicht möglich. Ohne schwere Zeiten gibt es keine gute Zeiten. Ohne Dunkelheit gibt es kein Licht. Wer keinen steinigen Weg geht, wird niemals richtiges Glück erfahren. Je mehr man für ein Ziel arbeitet, desto mehr freut man sich darüber, wenn man dieses Ziel endlich erreicht. Wer in Reichtum geboren ist und sich alles kaufen kann, was er will, der kann das Geld nicht genießen und nicht wertschätzen. Und das verstehen die meisten nicht. Reich sein macht nicht glücklich. Reich werden macht glücklich. Tony Robbins sagte einmal, Progress is Happiness. Also Fortschritt ist Glück. Wer nur auf der Stelle stehen bleibt, der wird nicht glücklich im Leben. Man muss im Leben immer wieder neue Herausforderungen annehmen, um glücklich zu sein. Wer auf einer Stelle stehen bleibt, der wird nicht glücklich. Egal an welchem Punkt man ist. Egal wie weit man im Leben ist. Warum arbeiten die meisten Milliardäre bis zum Ende ihres Lebens und setzen sich nicht einfach irgendwann zur Ruhe? Sie haben doch genug Geld, weil sie verstanden haben, dass sie das dauerhaft nicht glücklich macht. Denn nur wenn sie weiterkommen im Leben, werden sie glücklich. Versteht mich bitte nicht falsch. Mit Fortschritt ist nicht nur Geld gemeint. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man im Leben vorankommen kann. Das ist ja gerade das Schöne am Leben. Es gibt niemals einen Punkt, wo man alles erreicht hat. Selbst ein Mann wie Jeff Bezos, der alles erreicht hat, was man sich nur vorstellen kann, fliegt jetzt in den Weltraum. Es gibt kein Ende. Man muss allerdings aufpassen und das ist jetzt ganz wichtig. Dadurch, dass viele Menschen immer weiterkommen möchten, entwickeln sie ein ungesundes Maß an Gier und Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Menschen. Alle Mittel sind ihnen recht, um ihr Ziel zu erreichen und das ist sehr gefährlich. Aber das liegt daran, dass sie zu sehr auf ihre Ziele fokussiert sind, als auf den Weg dorthin. Wer diese simple Botschaft nicht kennt, der wird es sehr schwer haben, glücklich zu sein und dem wird es womöglich passieren, seinen Mitmenschen zu schaden. Und genau das ist das Bemerkenswerte an diesem Buch. Es bringt eine so simple Botschaft so bildhaft und einprägsam rüber, dass man sie danach auf jeden Fall verstanden hat. Der Weg ist das Ziel ist danach nicht nur irgendein Sprichwort, sondern es wird zur eigenen Lebensphilosophie. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Leben mal ein Buchreview mache, aber über dieses Buch musste ich einfach sprechen. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, lese dieses Buch. Es dauert wirklich nicht lang. Es sind nicht viele Seiten, das habt ihr in ein paar Stunden durch. Lesen lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe das Buch mal unten verlinkt und nein, ich bekomme dafür kein Geld. Das ist keine Werbung. Zum Ende möchte ich euch ermutigen, eure Ziele zu hinterfragen. Sind eure Ziele wirklich groß genug? Schicken eure Ziele euch auf eine Reise, die euren Charakter formen, die euch zu einem besseren Menschen machen? Denkt daran, dass das Ziel nur ein Teil der Reise ist und der Weg dorthin die eigentliche Belohnung ist. Deswegen genießt jeden Moment, den ihr in diesem Leben habt, denn ansonsten macht das Leben keinen Sinn. Lasst uns also große Ziele haben, die uns dazu bringen, über uns hinaus zu wachsen. Die uns dazu bringen, neue Menschen kennenzulernen und neue Dinge zu tun. Lasst uns den Moment leben und die Reise genießen. Lasst uns gemeinsam erfolgreich werden. In diesem Sinne, checkt gerne die anderen Videos von Road to Billionaire aus. Macht's gut. Ciao. Ciao.